Endlich zu Hause. Eine Überraschung. Ein Bonbon. Wow. Wow, mein Lieblingsfächer. Und was ist das? Schwanger? Wow, Schatz, ich werde Mutter. Ein Baby. Oh mein, oh mein. Hallo, Mami. Bin ich rum zum Wachsen? Oh Baby, schau nur, was du mit meinem Kleid gemacht hast. Oh, ich habe eine Idee. Damit sollte es wohl klappen. Aha, schön. Und ich brauche auch noch Schmuck. Keine Sorge, mein Lieber wird mir einen neuen kaufen. Einfach einen nach dem anderen. Und voilà. Ah, wunderbar. Oh wow, mein Kleid sieht umwerfend aus. Bling, bling, tastisch. Hey Leute, schaut euch mein fantastisches Kleid an. Seht ihr das? Wow. Wow. Bananenrutschen. Wuhu. Wuhu. Kniffliges Manöver. Oh, weee. Oh nein. Und hier kommt der ultimative Sprung. Ah. Oh nein. Mein Handy. Oh. Oh. Oh, Mami, das ist viel zu eng. Oh, komm schon. Hm. Yeah. Super, Mami, warst immer den besten Hack. Oh, yeah. Danke. Da kann ich auch gleich das Chaos aufräumen. Das Haus muss makellos sein, damit ich und mein Liebster uns entspannen können. Oh oh. Na los, versteck dich, Spidey. Ja, okay. Hat mein Liebster wieder die Popcornschüssel fallen lassen? Oh. Und erledigt. Oh. Oh. Mein Schatz. Das ist mal ein lecker aussehender, entsorgter Burger. Oh. Oh. Nein, kein Schlecht. Makellos, sagst du? Hm. Hm. Oh. Was zum. Ich. Meine liebe Motivschal. Hm. Oh. Nein. Hey. Nein, mein Schatz. Oh. Kein schmutziger Bauch auf unserem Bett. Oh. Oh. Na gut, dann gehe ich mal duschen. Oh. Ist es das, was ich denke? Das ist ja schön weich. Ich brauche eine Bauchmassage. Wow. Na dann mal los. Ein bisschen Seife. Ich hoffe, mein Baby hat Spaß dran. Oh. Ich glaube, das ist genug Seife. Yes. Rub, 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 baby. Oh. Gib mir die Bauchmassage. Das fühlt sich ja gut an. Lass uns auch ein bisschen Move hineinbringen. Yeah. Oh. Wow. Oh. Schau sich das einer an. Der ganze Schmutz fällt ab. Ich liebe es, wenn ein Gerät multifunktional ist. Wow. Mein Bauch ist so sauber und glatt. Oh. Oh Gott. Boah. Das ist ja ekelhaft. Oh. Natürlich. Das wird helfen. Ganz sicher. Ich bin ein Genie. Was für ein Dschungel hier unten. Sei still, mein Herz. Oh. Ah. Was ist das? Mein Schatz. Das muss wehgetan haben. Egal. Oh. 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 Nicht schlecht. Ganz und gar nicht schlecht. Gut gemacht. Hm. Was können wir damit noch machen? Seht ihr das? Dehnbar wie Schleim. Erlauben wir uns etwas Spaß. Die Seiten zusammenkleben. Jawohl. Was wäre Spaß ohne Glitzer? Hm. Füllt das Loch mit der Glitzer-Mischung und drückt. Dann habt ihr einen Glitzer-Wasser-Ballon. Wow. Squishy. Oh. Ist das entspannend. Zieh dir den funkelnden Glitzer an. Willst du es spüren, Baby? Was ist das, Mami? Wow. Ich kann so meinen Stoß üben. Oh. Süß. Oh. Oh. Zu unbequem. Mami, ich kann nicht ötnen. Oh. Ich weiß, was wir machen. Mein kreativer Geist schläft nie. Aha. Gut, dass ich in der Schule einen Kunstkurs gemacht habe. Ein Kinderspiel. Sehr schönes Muster. Und nun alles ausschneiden. Perfekte Form. Ah. Wir brauchen eine Füllung. Der allerbeste Hack aller Zeiten. Lege die Baumwolle auf den Stoff. Wir brauchen genug, um sicherzustellen, dass es auch bequem ist. Und dann kommt die zweite Schicht obendrauf. Klebe die beiden Seiten mit einer Heißklebepistole zusammen. Und zwar so. Dann drücke sie zusammen. Sehr gut. Warum bin ich plötzlich nur so hungrig? Sieht lecker und gemütlich aus. Mit einer Kirsche obendrauf. Oh. Wow. Auch üppig und weich. Ich liebe das. Oh. Also probieren wir es aus. Oh. Endlich schlafen. Wir haben gehört, dass du ein Baby bekommst. Können wir den Bauch anpassen? Hä? Was tut ihr da? Mein Enkelkind. Mein Enkelkind. Hallo. Ich brauche unbedingt Schutz. Hier sollte es doch was geben. Oh. Na, vielleicht kann es schießen. Oh. Lustig, aber nein. Äh, was? Oh. Hallo, ihr. Oh, hey. Komm her. Warte, was tust du da? Das ist großartig. Hey, brauchen Sie es? Ja, bitte. Vertrauen Sie mir. Ich bin dafür seit Jahrhunderten gut ausgebildet. Okay, ein wenig rühren. Und das Projekt Bauchschild beginnt. Tauche das Band in die Lösung. Keinen Bereich auslassen. Lege es nun auf den Bauch. Ein Stück nach dem anderen. Und Schicht für Schicht. Es ist wichtig, alles zu bedecken. Ziemlich sicher, nicht wahr? Danke, Mom. Ich habe einen neuen Helm. Nun bin ich bereit. Aha. Machen wir es gruselig. Setz dich hier hin, Vögelchen. Und wir fangen an. Farbe ist in der Kunstwelt sehr wichtig. Magst du lila, Baby? Nun, ich schon. Autsch. Lass mich nicht so gruselig aussehen. Ich bin ein süßer Vogel. Ich brauche noch mehr Details. Lila und Rosa passen sehr gut zusammen. Oh, vergiss die Augen nicht. Und schließlich der Schnabel. Und fertig. Baby! Wir wollen das Baby! Hört auf, mich zu pieksen, alte Leute. Ich schnabel euch an, wenn ihr weiter in Mamas Bauch stoffert. Lass uns hier verschwinden. Nun sind wir in Sicherheit. Oh Gott, es ist so weit. Oh, Mami. Ich komme jetzt raus. Hab ich dich. Oh, wir müssen ins Krankenhaus. Ja, schnell. Oh, was für eine Welt. Bringt mich zurück. Oh Gott, nicht mehr wegen. Stell dir ein. Oh, mein Gott. Schau dir diese Schöne an. Nennen wir sie Wednesday. Nennen wir sie Wednesday. Das ist dein Zimmer, kleine Fledermaus. Dies ist die Lebensgeschichte von Wednesday. Oh. Hä? Wow. Wenn ich jemals einen Bruder habe, probiere ich das an ihm aus. Ganz nach oben. Toll. Ich will mehr. Ah. Sie sind so klebrig. Ich genieße sie fallen zu sehen. Aua. Wednesday. Gib her. Willst du, dass ich dich beiße? Ich gebe dir was zu beißen. Gefällt dir die Farbe? Jetzt schließen wir einfach den Deckel. Wednesday. Gib her. Nicht das Schlimmste auf der Welt, denke ich. Oh, ich habe jetzt Haustiere. Oh, du wirst es zutiefst bedauern. Beruhige dich, Wednesday. Ich gebe dir was Besseres. Ich hoffe, Onkel Fester hat nichts dagegen, dass ich seinen Strohhalm benutze. Wir verpassen ihr einen coolen Haarschnitt. Siehst du das? Vielen Dank, Sir. Ich habe danach gesucht. Hey, sieh mal, was ich für dich habe, Prinzessin. Es wird dir in diesen dunklen Gewässern beistehen. Für immer angekettet im Ozean seines eigenen Untergangs. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Gib mir, gib mir, gib mir. Oh, wir schweben alle hier unten. Seht sie euch an, hat Spider-Man auch eine? Oh. Autsch, mein schwarzes Herz. Lass uns ein Foto machen, sag Meta. Meine dunkle Prinzessin ist bereits sieben Jahre alt. Die Zeit vergeht zum Geburtstag. Hey, hübsches Gesicht, schau nach links. Was ist das denn für ein Spiel? Tutu für dich. Deine letzten Worte. Oh mein Gott, es kommt. Mom. Oh, du bist in Sicherheit. Aber hilfst du ihm wirklich zu entkommen? Ich hoffe, ich sehe dich nie wieder. Bye. Du kannst es nur mit deinem Bruder machen. Aber ich habe ein Geschenk für dich. Super spannend. Mein eigenes Monster. Seinem Bauch nach hat er gerade jemanden gefressen. Ich kann ihn den ganzen Tag ausquetschen. Eine Art Workout. Es tut nicht weh. Mach das nicht zu Hause, liebe Kinder. Seht euch das an. So weich und matschig. Oh, was ist das? Ich schätze, ich bin jetzt ein echter Chirurg und habe noch ein Hühnchen mit meinem Bruder zu rupfen. Oh, ich habe einen genialen Plan. Das kostet dir einen Arm und ein Bein. Oder zumindest die Knochen darin. Oh, wow. Ich habe das Gefühl, dass mich jemand beobachtet. Und ich habe keine Privatsphäre. Wow. Ist das schön, liebe Zuschauer. Und vorsichtig mit der Antwort. Ja. Ich bin bereits eine Ikone der Gothic-Mode. Nein, die kann man nicht kaufen. Es wird nur noch besser. Sieh dir dieses perlweiße Zahnfleisch an. Ich kann sie alle gebrauchen. Eine gute Erinnerung an das Zähneputzen, Kinder. Blutrotes Band natürlich. Und jetzt stellen wir sie der Reihe nach auf. Perfekte Ausführung. Jetzt sehe ich aus wie eine Art alter Schamane. Wenn ich du wäre, hättest du das Video schon längst geliked. Hier ist ein weiterer Beweis, warum. Mom. Fantastische Arbeit, Wednesday. Oh. Sieh dir dieses Durcheinander an. Mein schönes Schloss ist eine Müllhalde. Durchatmen, Mädchen. Du musst es sowieso sauber machen. Putzen? Was kommt als nächstes? Gehst du zur Schule, Mom? Mom, ich beobachte dich. Ich brauche etwas Hilfe. Oh, ich weiß, wer mir helfen wird. Das ist meins. Ich werde mir eine helfende Hand basteln. Boom. Dies ist die perfekte Farbe der menschlichen Haut. Das läuft doch gut, oder? Gib mir das. Das kommt hier hin. Der Kunstteil des Kunsthandwerkprojekts. Das Finale wird eine Zitterpartie. Und zieh dir dieses, das Händchen an. Wow. Jetzt gib es mir. Ich werde dich zum Leben erwecken. Das ist nicht nur eine Phase der verrückten Wissenschaftlerin, Mama. Ich hoffe, du kannst schwimmen. Onkel Fester hat mir gesagt, dass das funktionieren sollte. Lass uns rocken. Bist du bereit? Es ist soweit. Alle Prozesse laufen wie geplant. Komm zum Leben, meine Schöpfung. Ich werde sie zum Leben erwecken. Bitte arbeite wie geplant. Ist dieses Ding lebendig? Komm schon. Yay. Hallo, Welt. Hallo, du. Wow, ich bin ein Genie. Würdest du mir beim Putzen helfen? Die Wünsche von Wednesday sind meine Befehle. Wow, sieh nur, wie es läuft. Ich brauche nicht mehr zu putzen. Puh, damit muss ich vorsichtig sein. Hey, behandle meine Sachen mit mehr Respekt. Mach dir keine Sorgen, mein Meister. Wow, du bist so hilfsbereit. Wie geht es dir? Deprimiert und traurig. Ziemlich normal. Sieh mal, bei mir glänzt der Laden wie die Klinge einer Guillotine. Wow, so sauber. Toll gemacht. Oh je. Oh, es tut mir so leid. Geht es dir gut? Ja, mir geht's gut. Hey, was ist das? Was ist das? Igitt, eine Blondine. Diese Dinger machen mir Angst. Du bist so bunt. Oh, wir machen dich stylisch wie mich. Zuerst müssen wir diese Vulkane zum Platzen bringen. Denn du weißt ja, virale YouTube-Inhalte. Zahnpasta? Nette Idee. Wir müssen dich so blass wie möglich machen. Sie wollen keine gesund aussehenden, erröteten Wangen. Entfernen wir das. Toll. Jetzt benutzen wir meine Paste. Dies ist die einzige akzeptable Haarfarbe. Sag mir etwas, wenn du nicht einverstanden bist. Führst es gut. Wir wollen nicht, dass eine Spur von goldenen Locken bleibt. Jetzt ein wenig Ruhe verschaffen. Sie braucht ein Make-up. Ich habe alles dafür. Oh ja, das klingt gut. Wir werden so viel Emo machen, dass Billie Eilish im Vergleich dazu, wie eine Partfinderin aussehen wird. Ein wenig Magie und wir sind fertig. Zeig mir jetzt deine Haare. Sei vorsichtig damit. Schau, ich habe mein Mini-Selbst aus der Puppe gemacht. Wow, jetzt bist du so schön. Ich werde dich immer lieben. Oh, ich bin weich geworden. Oh ja, ich bin der größte TikTok-Traummann. Vielleicht... Oh, ja. Oh, aber was kann ich ihm geben? Hm, natürlich ist mein Gesicht das beste Geschenk. Hm, das bin tatsächlich ich und ich lächle. Bumm, Drucken ist meine neue Superkraft. Ich bin so mächtig. Jetzt lass uns mit dem besten Plan der Menschheitsgeschichte weitermachen. Falte es und lass es hier schwimmen. Wer ist diese dunkle Königin, die in die Kamera schaut? Oh, oh. Hey, Wednesday. Was hast du da? Ich habe ein Geschenk für dich. Für mich? Ich bin tot, aber schön. Hä? Was ist das? Äh, geht. Hey, eigentlich ist es so cool. Warte doch mal. Ha! Ha! Das ist für dich, Baby. Oh. Wow. Oh, so matschig. Ha! Das ist nicht das einzige Geschenk. Aha, mhm. Oh, ja. Ah! 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 Ich bekomme nicht genug Geld für diese Art von Dingen. Oh, oh, wow! Hey, warum starrst du so? Oh, oh, ich habe nichts gesehen. Oh, ich muss mich verstecken. So geht's. Ich sehe aus wie ein schwarzer Geist. So metallisch. Hä? Wow. Hm, ich kann es noch besser machen. Jetzt habe ich Arme. Verdammt, ich sehe darin fett aus. Baby, Baby, fang. Danke. Das ist die Kirsche oder die Kette obendrauf. Viel besser. Der letzte Schliff. Er darf mich vor der Hochzeit nicht sehen. Richtig, Leute. Das ist die Tradition hier. Die Hochzeit um acht und ein Mittelmoshpit um zehn. Jetzt bin ich bereit. Du siehst gut aus, Baby. Du siehst gut aus, yeah. Nehmen Sie ihn als Ihren Ehemann. Ja. Und nimmst du sie zu deiner Frau? War ich schon. Und ich erkläre euch zu Mann und Frau. Sie dürfen jetzt tanzen. I dance, 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 with my hands, 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 hands. Hallo, willst du tanzen? Dance with my hands, 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 hands. Wahnsinn, das würde ich gern tun. Nimm mich in deine starken Finger. Hands above my head, 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 head. Es war ein toller Tag. Schön. Jetzt tut alles weh. Was soll ich tun? Hände waschen ist wichtig. Komm her. Oh, sie hat etwas geplant. Es wird alles gut. Halt still. Mach die Sache nicht unangenehmer, als sie sein muss. Schließ die Augen. Ja, ich versuch's ja. Ich denke, du hast es verstanden. Ah, Igitt. Danke, Händchen. Autsch, jetzt muss ich einen Psychiater aufsuchen. Ah, schön. Kosayeti hat starke Gene in der Familie. Oh, ich muss es tun. Äh, leichter gesagt als getan. Hä? Äh, äh. Unmöglich. Äh. Oh, Händchen. Hm? Geh weg von mir, du verrückte Frau. Äh, äh, äh. Oh, ich hab eine Idee. Äh, wow. Wow. Dieses Ding sieht vielversprechend aus. Greif zu. Wahnsinn. Es funktioniert wirklich. Kannst kaum erwarten, das an meinem Bruder auszuprobieren. Hä? Äh. Wow, sie sehen besonders glatt aus. Hm. Ah, es ist Fressenszeit. Vergiss die haarigen Beine. Hm. Au. Uah, was? Igitt. Au, ist es schon so weit? Ah. Das Kleine will raus. Ah. Ich bin bereit, rauszugehen, Mami. Oh, ich bin hungrig. Au. Äh, äh, dein Mittagessen. Was ist diesmal? Schon wieder Schleim mit Obst? Igitt. Nein. Oh, hm. Ich kann's noch interessanter machen. Mach das nicht alleine, Kinder. Verspricht es mir. Sonst. Komm zu, Papa. Nein, 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 kleines Ungeheuer. Nein. Ich brauch das hier drin. Das wird das neue Universalmonster sein. Mach dich bereit. Dieses Ding hat hellere Zähne als ich. Jetzt aufgepasst. Schön und reibungslos entfernen. Schneiden wir Scheiben ab. Ich bin der wahre Obst-Ninja. Ich weiß, dass du was willst. Siehst du, wie gut ich mit diesen Hacks bin? Soll ich dir auch neue Augen geben? Es ist eine ganze Bande. Yay, sie sehen beängstigend lecker aus. Ich werde Mr. Ein Auge nehmen. Komm schon, Kumpel. Ich werde dir nicht wehtun. Obst ist gar nicht so eklig. Ich kann sagen, dass es sogar einigermaßen gut ist. Dies ist das Letzte, was er sehen wird. Gefällt es dir? Ja, willst du etwas? Ja. Tu so, als ob er nicht hier wäre. Granny! Granny! Wo sind deine Zähne? Hä? Ich höre dich nicht. Wo sind deine Zähne? Du willst einen Kuss? Wo sind deine Zähne? Zähne! Hä? Ich will nicht pinkeln. Du musst deine Ohren reinigen. Aha, ich habe den perfekten Zauberstab dafür. Na gut, dann wollen wir mal sehen. Oh, wie geht's? Das ist nicht der eingenehmste Anblick auf der Welt. Ich kann nicht. Wow, das ist schön. Ach, genug. Stopp! Wow, das ist so groß wie eine Walnuss. Oh. Ich geh, ich geh. Wo sind deine Zähne? Ah, meine Zähne. Hier sind sie, Junge. Aha. Oma, ich möchte dir meine Freundin zeigen. Hä? Oh, nein, nein, nein. Sie sieht so cringy aus. Nicht, mein unschuldiger Junge. Zu farbenfroh. Äh, äh, äh. Ich werde mit dir einen Schluss machen. Ich werde mit dir einen Schluss machen. Es ist Zeit, dein Spiel zu spielen. Schere Stein, Papier. Es ist Zeit. Was werde ich jetzt tun? Ich habe gewonnen. Hahaha. Was? Autsch, Autsch. Dummes Ding. Deine Stunde wird auch noch kommen. Ich habe mit ihm gespielt. Gute Arbeit. Schauen wir uns meine Lieblingsvorstellung an. Die ist ja süß. Ich rieche gut. Also gut, gib mir einen Kuss. Mein Baby, wie konnte das passieren? Nein! Er würde mein wahres Gesicht nie mögen. Ich kann doch nicht kopflos sein. Ich würde alles tun, um seine Traumfrau zu werden. Ihr müsst weg. Hallo? Die Dermatologin meinte nicht ausdrücken. Schau, eine Beautybox. Oh, wow. Tiere? Oh nein, er hat ja auch Pickel. Oh, so befriedigend. Das ist also der Ursprung der schwarzen Maske. Fast fertig. So ein gutes Gefühl. Ziehen wir es ab. Oh, wow. Das funktioniert. Das verdient fünf Sterne. Das ist so glatt und so sauber. Oh, wer ist das denn? Hi. Hi. Äh, was ist das denn? Hä? Was? Wer? Wo? Oh, meine Zähne. Oh, Süße. Das ist echt schrecklich. Wir müssen das beheben. Nein, geh doch weg. Ich habe jetzt eine Beautybox. Oh, ich sehe da was. Bingo. Genau, was ich brauche. Oh, cool. Ich habe diesen Trick schon so oft auf TikTok gesehen. Hoffentlich funktioniert es. Fertig. Danke, Yoda. Wow. Ich glaube, ich spiele schon mal. Okay. Das ist perfekt. Mach bitte das Licht aus. Ist mir ein Vergnügen. Au. 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 Aus dem Weg. Na gut. Und nun muss ich mich konzentrieren. Was macht er? Wow. Schau dich an. Du hast so schöne leuchtende Beine. Ähm, danke. Ah. Oh. Oh nein. Meine Beine sind total haarig. Hm. Diese Kerze kann helfen. Hm. Okay. Zeit für die Arbeit. Oh. Los geht's. Komm schon. Und ziehen. Oh. Hat funktioniert. Oh. Oh. Ich kann nichts sehen. Ah. Warte. Was ist das? Oh. Was? Warum? Oh. Oh. Den brauche ich. Oh. Ich kenne den Code. Oh. Oh. Aber hey. Nicht gucken. Wow. Hey, Händchen. Was machst du da? Und vergiss nicht, weiß hinzuzufügen. Und ihr auch. Riecht ihr das? Oh. 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 Hey. Willst du ein Wasmelo? Äh. Oh. Ich hab ne Idee. Hals Kohle. Perfekt. Bereit. Erster Schritt. Erster Schritt. Highlights. Nächster Schritt. Kontur. Und dann alles verblenden. Wir brauchen noch mehr Highlights. Perfekt. Zum Schluss. Kohle Lidschatten. Ich lieb's. Und die Lippen. Wow. Haha.